hallo freunde film unterhaltung herzlich willkommen zu meiner filmbewertung von dem film bob marley one love in diesem film geht es ja nicht ganz anders sein um bob marley der wird gespielt von kingsley ben adir den kennt man zum beispiel aus secret invasion high fidelity oder auch bei dem barbie film und seine frau rita marley wird gespielt von marshanna lynch die kennt man zum beispiel aus the woman king oder auch aus captain marvel ja und es geht in die 1970er jahre und zwar in der zeit wo es in jamaika ziemlich rund geht denn zwei politische rivalisierende banden kämpfen da um die vormacht und sie mögen bob marley nicht sie mögen seine musik nicht weil ist denen einfach ein dorn ins auge und ja eines tages wird dann auch auf bob marley geschossen und er geht dann halt nach england um dort sein berühmtes album aufzunehmen ja so ungefähr kann man so ist das zu der zeit abschnitt wo man den film einordnen muss schauspielerisch ist der film absolut genial also da gibt es definitiv nichts zu meckern also so würde ich mir jetzt mal die vorstellen ich habe ihn leider nicht erleben können zu seinen hochzeiten da war ich noch nicht auf der welt aber ich kenne so seine musik die ist einfach traumhaft also jeder sollte sich mal bob marley anhören egal ob er dem reggae verbunden ist oder nicht und es wird auch so ein bisschen auch das vorurteil ausgeräumt was teilweise im mainstream noch herrscht dass bob marley durchs kiffen gestorben ist das wird dort auch angerissen dass es dem nicht so ist auch wenn man es dann vielleicht ein bisschen deutlicher hätte raus arbeiten können also auch so die die drehorte die sie gehabt haben die waren super die kulissen diese gehabt haben waren super also man hat sich wirklich sehr viel mühe für diesen film gegeben was ich sagen was man da wirklich auch sieht also man hat wirklich so diesen vibe versucht einzufangen in den ton studios so dieses zwischenmenschliche und auch so wo bob marley so einfach so ein bisschen sag ich jetzt mal so ein bisschen unbekümmert ist ach ja das wird schon das ist alles gar nicht so schlimm und das geht schon so in ordnung und das alles ja so ungefähr habe ich mir würde ich mir bob marley vorstellen und die familie von bob marley ist auch an dem film beteiligt gewesen was man dann halt im abspann halt auch sieht und es gibt dann auch beim abspann auch so ein paar original aufnahmen was ich vielleicht noch beim abspann lieber hätte wenn ihr solche biopics halt wenn halt solche biopics gemacht werden immer so ein bisschen so die bilder von dem original schauspieler beziehungsweise von dem originalen charakter und von dem schauspieler so dass man das dann jeweils immer so vergleichen kann miteinander und der film ist einfach wirklich also den kann man sich gerne angucken also der film macht wirklich ein achterbahn der gefühle macht man dort mit zwischen lustigen momenten leicht spannenden momenten und auch emotionaleren momenten also der film bietet da wirklich sehr sehr viel und welche bewertung ich dem film gebe sage ich euch nach der werbung für mein shop hallo freuen der film und gaming unterhaltung hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es alles von euren content creator t-shirts wo dies tourenbeutel und noch vieles vieles mehr um natürlich die designs von art expert also holt euch eins von den coolen logos und holt euch den coolen staff nach hause ihr könnt ihr frei wählen größe farbe alles was ihr wollt also ran da und holt euch den staff bis demnächst ja da sind wir wieder ja bob marley one love ein wirklich toller film ein wirklich gelungenes biopic was sich der das ganze leben von bob marley thematisiert sondern hauptsächlich die 1970er jahre es geht zwar mal kurzzeitig mal auch in seine kindheit rein und so und auch ein bisschen seine jugendzeit aber hauptsächlich fokussiert sich der film auf die 1970er jahre und der film macht es auch wirklich sehr sehr toll also den film kann man wirklich empfehlen sich anzuschauen und somit gebe ich diesen film zwischen vier und fünf totenköpfen weil der film wirklich absolut gut ist wenn euch gefällt was ich mache dann lasst mir doch ein like und ein abo da und schaut auch mal unten in die video beschreibung dort sind ein paar interessante links mit denen ihr mich unterstützen könnt ich wünsche euch noch einen schönen tag bis demnächst